Guten Morgen allerseits. So, heute ist ja viel los hier auf dem Kohlmarkt. Natürlich erstmal viel Wind, das haben wir eben ja schon gespürt. Aber wir haben heute zwei zentrale Themen. Wir haben einmal den Fukushima-Jahrestag und dazu haben wir ja auch noch weitere Initiativen weiter südöstlich, aus Wolfenbüttel und aus dem Bereich der Asse. So, dazu wird also auch gleich noch etwas mehr, wenn noch mehr Beiträge kommen. Und dann haben wir zusätzlich die Freunde gegen den Krieg, die zwischendurch auch immer noch was sagen werden. Ich hoffe, wir kommen uns nicht in die Quere. Wir haben genügend Spielraum dazwischen, dass alle zu Wort kommen und alle ihre Anliegen hier vortragen können. So, wer möchte denn beginnen? Wollen die Anti-Atomis anfangen, Eleonore? Zwischendurch könnte ich auch immer noch was sagen, wie sich das jetzt im Moment entwickelt mit den Bäumen auf der Jasperallee. Wir haben ja weitere Fälle von Baumfällungen noch kurz vor dem 1.3. gehabt. Und da man so schön drin ist in der Baumabholzerei, ist man nun auch verfallen, dass man alle Bäume, die schief stehen, auch noch fällen will, weil die müssen ja schön gerade stehen. Also von Achtung vor der Natur, keine Spur. Im Bereich Schapen rüber, die Straße Schapen-Volkmarode, steht ein Baum windschief. Das ist eigentlich sehr schön anzusehen, ein sehr schöner Baum. Ich habe auch Bilder davon gleich hier am Infostand. Und da hat die CDU-FDP beantragt, der ist schief, der muss weg. Also zig Jahre hat er das blühende Leben sozusagen, Wind und Schwerkraft getrotzt und jetzt soll er weg. Das geht so ein bisschen in die Richtung, wie wir auf der Jasperallee das auch hatten. Die Bäume stehen ja auch schief und das geht nicht. Das soll jetzt ersetzt werden durch Kaiserlinden. Den Kaiser findet man hier ganz toll in Braunschweig. Denn zu Kaiserszeiten haben alle stramm gestanden. Nicht nur die Untertanen, sondern auch die Bäume und so soll es wieder werden. Schlimm genug, dass sich die großen Parteien, nicht nur CDU, FDP, AfD, das erwarten wir gar nicht anders, aber vor allen Dingen auch die SPD dem Anschließenden und diesen Quatsch mitmachen. Sie scheuen sich allerdings, die sind Dinge, die sie hier so treiben gegen die Natur, letztlich gegen das Klima, den Jugendlichen, die ab und zu vorbeikommen, vor dem Rathaus ins Gesicht zu sagen. Da ist es dann keiner gewesen. Da sagen sie nicht, ja, ihr seid für den Klimaschutz, das ist ja ganz toll. Ihr seid diejenigen, die noch länger hier auf der Erde das ertragen müssen, was hier von der Politik angerichtet worden ist. Denn die Politik hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Nicht die Schülerinnen und Schüler, die machen gerade ihre Hausaufgaben. Und die Parteien schämen sich zumindest, ist ja schon ein Fortschritt zuzugeben, was sie hier dem Klima, gerade in Braunschweig, ständig antun und immer wieder verneuen. Es sind über 1000 Bäume, die in den letzten Stürmen gefallen sind. Jetzt hat man immerhin 160 Bäume, sollen nachgepflanzt werden. Aber keiner redet über die 44.000 Bäume, die ersetzt werden sollten im Chöromer Forst seit acht Jahren. Die Ersatzpflanzungen sind allesamt eingegangen. Ihr könnt euch das ansehen, wir haben Bilder davon hier. Man hat sich nicht drum gekümmert, da war einem das Geld zu schade. Es ist diese 44.000 Bäume, und das ist eine ganz andere Hausnummer, die sind weg. Und nur weil nicht jeder jeden Tag dort vorbeikommt, ist das weitestgehend aus dem Blickfeld entschwunden. Also, dieses Thema Baumschutz bleibt hier weiter erhalten. Die gute Nachricht auf der Jasperallee, über 60 Bäume stehen noch. Das ist ein großer Erfolg der Aktivitäten. Leider sind 23 Bäume gefällt worden, die zu 90 Prozent eben nicht so waren, dass sie nicht noch 30, 40 Jahre hätten stehen können. Aber nun gut, die Bürgerinitiative Baumschutz wird dort weiter dranbleiben am Ball. So, das soll es jetzt von der Seite gewesen sein, zu Klima- und Umweltschutz. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu Anti-Atom, oder möchten die Kriegsgegner und Friedensfreunde was sagen? Ihr geht zu Anti-Atom. Ihr geht zu Anti-Atom. Ihr verständigt euch. So, Ilionore? Wir wollten ja nur sagen, heute ist der Tag 10 Jahre Fukushima und deswegen stehen wir hier. Und ich gebe das weiter an die Leute, die jetzt reden wollen. Ja, mein Name ist Ilionore Bischof und ich bin von der Wolfenbüttler Atomausstiegsgruppe. Und wir denken, das passt alles ganz gut zusammen hier, leider. Es heißt immer, wir sind aus der Atomenergie ausgestiegen. Das sind wir aber noch lange nicht. Es laufen noch die Atomkraftwerke und vor allen Dingen ist immer noch die Urananreicherungsanlage in Gronau tätig und die Brennelementefabrik in Lingen. Und die Brennelemente, die gehen an die Atomkraftwerke in Belgien, die Risse haben. Und weil die von uns weiterhin Brennelemente bekommen, müssen, wurden an die Bevölkerung in Aachen Lohntabletten verteilt. Das kann nicht sein. Und ich denke, wir sind eine Region, die besonders betroffen sind. Aber es sind ganz viele Stellen in Deutschland betroffen. Eingestiegen ist die Bundesregierung in die Atomenergie ohne Landebahn. Ohne zu wissen, wo sie irgendwann diesen Ewigkeitlast Atommüll lagern will. Es gab kein Endlager. Trotzdem wollte der Atomminister Strauß unbedingt die Atomenergie. Nämlich, er wollte die Atombombe. Das war sicherlich der maßgebliche Grund, warum das eingeführt wurde. Und dann bot sich dann irgendwann die alte Schachtanlage, Asse 2, das Salzbergwerk an, um da mal Endlager zu versuchen. Ein Versuchsendlager. Schon vor dem Kauf war klar, dass da Wasser einläuft. Es gibt ein Protokoll von einer Begehung der Schachtanlage. Da steht drin, dass da Wasser einläuft. Aber was sehr reizvoll war, fanden sie damals der Preis. Es war so günstig, das alte Bergwerk. Und so hat man versuchsweise mal 126.000 Fässer eingelagert. Für einen Versuch 126.000 Fässer und die nachher abgekippt. Es ist nicht nur radioaktiver Müll da, es ist auch chemotoxischer Müll da drin. Da ist eine halbe Tonne, und zwar nicht so eine halbe Tonne, sondern 500 Kilogramm Arsen. Das ist kein Spitzenhäubchen. Wenn das ins Grundwasser kommt, dann geht das schneller, als mit Strahlung, dass Gesundheitsschäden oder mehr auftritt. Und wenn die Frau da eben sagt, dann holen sie das doch da raus. Es gibt keine gute Lösung für die Asse. Aber die einzige Möglichkeit, diesen Müll unter Kontrolle zu bekommen, ist halt die Rückholung. Und wir sind es gerade als Bürgerinitiativen, die fordern, dass man bei dieser Rückholung halt alle Möglichkeiten ausschöpft, die Strahlenbelastungen sowohl für die Beschäftigten als auch für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Wir haben da jetzt vor kurzem gerade erst Vorschläge gemacht, wie man halt gerade was so Konditionierung angeht, anders vorgehen könnte, als es bisher angedacht ist. Es war aber auch ein Braunschweiger, den man auch mal gedenken sollte. Es gab ja auch Leute, die gemahnt haben. Da war Hans Helge Jürgens, der 1977 hier eine Arbeit an der TU geschrieben hat und davor gewarnt hat, dass dieser Schacht absäuft. Der durfte die Arbeit zwar noch veröffentlichen, aber er hat keinen Arbeitsvertrag mehr bekommen. Auch seine Bewerbungen wurden alle abgesagt. Er musste dann irgendwann emigrieren nach Emnen. Und diesen Leuten muss auch mal gedacht werden. Es konnten alle wissen, dass das Ding irgendwann absäuft, weil die beiden Schichten daneben, die sind auch schon abgesoffen. Die waren damals schon abgesoffen und viele haben davor gewarnt. Und deswegen müssen wir halt sehen, dass diese Fehler nicht mehr gemacht werden. Dass halt immer nicht das Göstengünstigste genommen wird, sondern dass das Sicherste für die Bevölkerung ist. Und wir haben hier im Zonenrandgebiet, im ehemaligen, ja etliches Anatomstandorten. Da haben wir in Morsleben, im ehemaligen DDR, das Endlager. Wir haben die Schachtanlage Asse 2. Wir haben das genehmigte Endlager Konrad, wo zwar noch nichts eingelagert wurde, was man aber auch nicht mehr nach dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik überprüfen will. Und wo man Angst hat, jetzt ein Eingangslager zu errichten, weil man dann das ganze Verfahren, Genehmigungsverfahren neu eröffnen müsste. Und da weiß keiner, ob das nochmal genehmigt würde. Und was auch interessant ist für den hochradioaktiven Müll, den will man rückholbar entlagern. In Konrad hat man das aber nicht vorgesehen. Also es gibt so viele unsinnige Sachen. Und wenn man sieht, wie nah hier in Braunschweig-Thune Eckart und Ziegler an Wohnbebauung und an Schulen steht, dann ist das beängstigend. Das verstehen wir. Und es gibt da einen Stress, der ist von der Bürgerinitiative, wie die Ausbreitung wäre, wenn es da einen Unfall gibt. Und wir haben uns mit der BIS in Verbindung gesetzt. Und da wird am 8. Mai dieses Jahr, werden die das in Wolfenbüttel im Rathaus vorstellen. Eine öffentliche Veranstaltung ist keine Stadtranzsitzung, aber eine öffentliche Veranstaltung im Rathaus in Wolfenbüttel, die wir gemeinsam organisieren. Und am kommenden Freitag findet hier in Braunschweig eine Veranstaltung statt, weil es wird ja immer noch ein Endlager für hochradioaktiven Müll gesucht. Und da muss keiner denken, dass wir hier schon aus der Suche raus sind, sondern hier im Braunschweiger Land gibt es einen Tongürtel, der auch geeignet wäre für die Endlagersuche. Und so sind wir immer noch in diesem Suchverfahren drin, gerade weil hier die geologischen Daten bekannt sind. Die sind nicht überall in Deutschland bekannt, aber da, wo sie bekannt sind, ist man natürlich dann noch im Suchverfahren drin. Und da kommt eine Frau von ausgestrahlt hierher um 18 Uhr ans DGB-Haus. Die Gewerkschaften rufen auch mit auf zu dieser Veranstaltung und die Bürgerinitiativen hier aus dem Bereich. Und da würde ich alle bitten, zu kommen, Interesse zu zeigen. Es gilt der Satz der Schweizer Kernfrauen, die Ewigkeit Last Atommüll verzeiht weder Fehlentscheide, Experimente noch Scheinlösungen. Und das müssen wir immer bedenken. Und deshalb brauchen diese Standorte Aufmerksamkeit. Da kann ich nur sagen, geh denken und nicht einfach stillstehen. Vielen Dank. Also, ich wollte nochmal zurückkommen. Heute stehen wir hier, weil vor zehn Jahren in Fukushima das Kernkraftwerk kaputt gegangen ist. Das war eine Katastrophe, die ausgelöst wurde durch ein Erdbeben und ein Tsunami. Aber wenn man jetzt mal genau drauf schaut, dieses Atomkraftwerk hat im Grunde eine ganz veraltete Technik. Die Brennstäbe sorgen für Hitze. Und diese Hitze erhitzt Wasser in einem großen Kessel, der dann verdampft. Der Dampf kommt in eine Turbine und diese wiederum treibt, sorgt dafür, dass Strom entstehen kann. Es ist im Grunde eine ganz alte Technik. Sie hat aber einen entscheidenden Nachteil. Dieses, die Brennstäbe, die mit Uran angereichert werden, die werden auch für die Bomben gebraucht. Achso, jetzt wollte ich erstmal auf die Wärme eingehen. Die Wärme, die dort entsteht und die ständig nachgeheizt wird durch die eigene Anlage, dadurch, dass die Asche selber auch strahlt, wird die Wärme immer größer. Und diese Wärme muss gekühlt werden. Dazu hat man das Wasser des Meeres gebraucht. Das heißt, das Meer wird ständig aufgewärmt durch die Kühlanlage für das Kernkraftwerk. Und nur ein Drittel dieser Wärme wird wirklich gebraucht. Zwei Drittel wird abgelenkt und muss gekühlt werden. Das heißt, zwei Drittel dieses Urans wird im Grunde gar nicht benutzt. Auch Uran ist endlich. Auch die Vorhaben, also auch Uran ist endlich. Es ist irgendwann alle. Irgendwann gibt es kein Uran mehr. Und schon allein deswegen ist es völlig unmöglich, diese alten Atomkraftwerke so noch weiter zu benutzen. Dazu kommt, dass wir absolut dagegen sind, weil Atomkraftwerke die zivile Nutzung und die militärische Nutzung sozusagen siamesische Zwillinge sind. Das heißt, aus den zivilen Anlagen werden die atomaren Grundstoffe gewonnen für die Atombomben. Soweit erstmal. Ja, 1936 sind wir durch den Chernobyl-Unfall von unserem Atombom aufgeschreckt worden. Aber es hieß, Chernobyl ist ein Ausrutscher. Die Russen können das nicht. 25 Jahre später, Fukushima 2011. Jetzt ist unsere Kanzlerin sehr erschrocken, dass es auch in diesem westlichen Land möglich ist, dass ein Kernkraftwerk explodieren kann. Und hat hier die Energiewende eingeläutet, auch wenn wir kein Tsunami zu befürchten haben. Der Vergleich zwischen Chernobyl und Fukushima ist einmal so, dass es beides die größten bisher nuklearen Unfälle sind. Auf der Inneskala 7 als Super-GAU bezeichnet GAU als größter anzunehmender Unfall. In Chernobyl sind 30 Jahre vergangen und man weiß von Chernobyl, dass die Halbwertzeit von Cäsium 30 Jahre beträgt. Das heißt, die Hälfte ist noch da. In Fukushima scheinen diese Gesetze nicht zu gelten. Weil schon nach neun Jahren lädt die japanische Regierung in die Unglücksregion ein zu den Olympischen Spielen. Die Hauptsache wird zwar in Tokio stattfinden, aber Baseball- und Softballwettkämpfe werden in der Region Fukushima ausgetragen. Und auch die olympische Fackel wird drei Tage durch die Region gehen. Es ist für die japanische Regierung sehr wichtig, eine Imagefrage zu beweisen, dass man mit der Atomkraft und auch mit Atomkatastrophen umgehen kann. Aber es ist ein Spiel mit der Gesundheit der Athleten und der Besucher. Soweit erstens. Bodo, willst du was zur japanischen Mentalität sagen? Natürlich, von Deutschland aus gesehen oder anderen Stellen der Erde könnte man meinen, die Japaner scheinen gegen diese Problematik im Sinne eines Widerstandes nichts zu unternehmen. Das stimmt so nicht. Denn die japanische Mentalität ist zunächst einmal orientiert im Sinne einer Ruhebewahrung und man stört eben durch Kritik nicht die eigene Gruppe. Das ist zunächst einmal die Grundhaltung. Und wenn man sich die Situation gegenüber der Problematik Fukushima anschaut und die Atompolitik der japanischen Regierung, wird natürlich sehr schwierig, gegen dieses Thema anzugehen. Aber es gibt Widerstand. Es gibt Bürgerinitiativen, die sich bemühen, das Thema mit Kritik an die Öffentlichkeit zu bringen. Nein, leider werden diese Gruppierungen nur sehr bedeckt und fast eher gar nicht durch digitale oder Printmedien unterstützt. Wir haben Glück, dass das in Deutschland anders ist. Wir müssen ja schon eher aufpassen, dass keine reißerischen Slogans als Überschrift benutzt werden. Im japanischen Kontext gehört es dennoch dazu, dass man Widerstand leistet. Eine der deutlichsten Widerstandsdokumentationen ist eine Klage gegen die Tepco-Firma. Diese Klage von der sogenannten Narivai-Gruppe ist bei den Gerichtsverhandlungen mit einem ersten Erfolg der Grundanerkenntnis, dass die Tepco und auch die japanische Regierung hier Fehler gemacht haben. Die zweite Ebene weitergehender Gerichtsverhandlungen wird dahin führen, dass man sich einigt, jedem Bürger aus dem Gebiet Fukushima eine Grundsumme anzuerkennen. Ich versuche das mal mit dem Begriff gleichzusetzen, was jetzt zurzeit als Grundrente diskutiert wird. Das ist schlecht vergleichbar, aber als Orientierungssumme kann einem das helfen. Widerstand wird auch deutlich von Japanern demonstriert. Wir haben schon einige Male ein japanisches Ehepaar hier in Deutschland gehabt, Ken und Mako Oshidori, die natürlich vom Beruf her erst einmal Komiker sind. Aber es kann gar nicht komisch sein, wenn Sie sich der Aufgabe stellen, die Problematik, die von Tepco verschwiegen wird, an die Öffentlichkeit zu bringen. Dieses Ehepaar reist in Japan hin und her, hat allerdings Verbot, in Schulen oder in Kindergärten die Atomproblematik genau zu benennen. Sie machen das aber in geeigneter Weise an anderen Stellen und sie reisen durch Europa, um diese Thematik deutlich zu machen. Denn aus japanischer Sicht ist es wichtig, dass die Öffentlichkeit weltweit erfährt, wir verstehen uns nicht so harmlos und unbedarft im Sinne der Widerstandsformulierung. Ich könnte Ihnen eigentlich jetzt einen langen Vortrag halten über die Mentalität Japans. Da brauchten wir aber noch ein bisschen mehr Zeit. Und ich vermute, der Wind stört das, weil man irgendwann auch sagt, nee, jetzt ist genug. Ich will auch hier an der Stelle die erste Pause mal einlegen. Ich will dann ganz gerne zu einem spätigen Zeitpunkt noch mal das eine oder andere aufgreifen. Aber zunächst mal vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, diese Thematik mit auf Ihren Denkschirm zu nehmen. Denn es braucht in der Stadt, insbesondere auch wenn wir bedenken, dass die Asse ja auch ein Thema ist, das uns zu beschäftigen hat. Und wir haben das Glück, dass wir durch die Kontakte mit Japan, ich selbst habe neun Jahre in Japan gelebt und habe da einige Verbindungen, Japaner einladen können, sich der Thematik hier in unserem Gebiet anzunehmen. So viel mal für diese Situation. Vielen Dank. Applaus Ich bin Gudula Wegmann, ich komme vom Friedenszentrum Braunschweig. Und ich möchte gerne darauf hinweisen, dass der Schirmherr dieser Veranstaltung unser Oberbürgermeister Ulrich Markhurt ist. Und unser Oberbürgermeister gehört, wie schon viele Oberbürgermeister vor ihm, seit, ich weiß nicht genau, jedenfalls mehr als 25 Jahren oder 20 Jahren, zu den Mairs for Peace. Das sind die Bürgermeister für den Frieden. Die Bürgermeister für den Frieden wurden mal gegründet, ausgehend von Hiroshima. Denn Hiroshima hat ja schlimme Erfahrungen gemacht im Zweiten Weltkrieg mit dem Abwurf von Atombombe. Und darum wurden diese Mairs for Peace, diese Bürgermeister vor den Frieden als Nichtregierungsorganisation gegründet, weltweit. Und zwar 1991. Es gehören inzwischen über 7.500 Bürgermeister in mehr als 160 Ländern diesem Bündnis an. Und es gehören auch 600 Städte in Braunschweig zu diesem Bündnis. Die Reaktorkatastrophen in Tschernobyl und Fukushima haben gezeigt, Atomkraft ist unbeherrschbar und birgt ein tägliches, tödliches Risiko. Zivile Nutzung der Atomenergie kann man aber nicht von der militärischen Nutzung trennen. Die Atomwaffenstaaten haben allesamt und mit Erfolg die zivile Nutzung der Atomenergie dazu genutzt, an das Material für Atombomben zu gelangen. Dazu gehören alle Atombombenstaaten, wie jetzt gerade auch wieder durch die Presse gegangen ist, Pakistan und Indien, was vielen Leuten gar nicht so bewusst ist. Und auch Nordkorea hat gezeigt, dass sie es können und vom Iran befürchtet man es. Aber wir wollen vor der eigenen Tür kehren. Denn in Büchel lagern 20 Atombomben. Deutschland ist also direkt vom Thema Atomwaffen betroffen. Darum fordert das Friedenszentrum Braunschweig die Abschaffung und Ächtung von Atomwaffen. Wer das unterstützen will, kann hier gerne eine Unterschriftenliste durch seine Unterschrift unterstützen. Und wir fordern die konsequente Abkehr von ihrem sogenannten siamesischen Zwilling, der Atomenergie. Der Schirmherr dieser Veranstaltung ist Ulrich Markhurt, unser Oberbürgermeister. Er gehört zu den Bürgermeistern für den Frieden, die als Nichtregierungsorganisation schon lange in Deutschland und weltweit tätig sind. Hier möchte ich beitragen zu dem Thema Atomkraftwerke und Atomwaffen. Denn beides, Atomkraftwerke und Atomwaffen, sind Atomkraftwaffen. Darum muss der UN-Vertrag zur Ächtung und Abschaffung von Atomwaffen ratifiziert werden. Er ist 2017 von über 100 UN-Staaten verabschiedet worden. Aber wir brauchen auch darum eine globale Energiewende mit den drei E's. Mit dem E für erneuerbare Energien, für Energieeffizienz und Energiesparen. Dann ist Energiepolitik Friedenspolitik. Denn es gibt keine Kriege wegen der Sonne oder des Windes. Dankeschön. Ja, es wurde ja schon ein paar Mal auf den Schirmherr Ulrich Markhurt hingewiesen. Ulrich Markhurt hat dieses Jahr die Schirmherrschaft übernommen über die Europäische Aktionswochen für eine Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima hier in der Region Braunschweig. Diese Europäische Aktionswochen gibt es eben seit Fukushima. Und es sind auch 15 europäische Länder mit einbezogen. Und in 50 deutschen Städten gibt es Trägerkreise, die mehr oder weniger aktiv an diesem Thema sind. Und zwischen dem Fukushima-Jahrestag und dem 11.3. und paar Tage davor bis zum 26.4. eine Veranstaltungsreihe durchführen. Und hier finden Sie Flyer von den unterschiedlichen Veranstaltungen. Diese hier ist unsere zweite. Es geht dann weiter am Montag mit dem Fukushima-Mittagsgebet in der Matthäus-Kirche in der Herzogin-Elisabeth-Straße oder auch als Jugendkirche bekannt. Wir haben am 14. März, also am Donnerstag, Umweltpolitik in internationalen Organisationen und der EU. Ein Dr. Jan-Henrik Mayer vom Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt wird einen Vortrag halten. Und am 21.3. geht es um Strom von unseren Dächern. Was läuft zum Beispiel in Braunschweig und Wolfsburg? Vielleicht noch eine interessante Veranstaltung, es sind natürlich alle interessant. Am 27.3. Tschernobyl, Fukushima und Atommüll. Was nun? Es wird Kurzreferate von Prof. Dr. Rolf Bertram und Dr. Rainer Gellermann geben. Kurz Statements von den Theologen Martin Fiedler und Wilfried Theilemann. Und danach werden diese miteinander diskutieren. Hier Hamburg-Hill-Flyers, Sie können sich die gerne mitnehmen. Vielen Dank. Wenn schon die ganzen Termine angesagt werden, nächstes Wochenende ist wieder auch der Tag Jugend für die Future, also Future Day, der Klimatag der Jugend. Sie demonstrieren in allen möglichen europäischen Städten. Es wird aufgerufen, dort völlig frei und außerparlamentarisch von allen möglichen Schulen und Jugendverbänden und so weiter. Auch in Braunschweig, also am 15.3. um 10 Uhr schon bereits auf dem Schlossplatz. 10 Uhr auf dem Schlossplatz, nächsten Samstag, nein Quatsch, nächsten Freitag. Nächsten Freitag, denn es geht ja um Freitag, Friday for Future, 15. also nächsten Freitag. Und abends ist ja dann die Veranstaltung, die eben hier angesagt worden ist, im Gewerkschaftshaus abends. Also um 10 Uhr nächsten Freitag auch auf dem Schlossplatz mal vorbeigucken. Ihr braucht, könnt euch das erstmal ansehen, ist eine ganz andere Generation, die aktiv wird. Sie braucht uns nicht, aber sie kann uns vielleicht ein bisschen helfen, wieder in den Trab zu kommen. Auch in der Frage von Klima und Klimaschutz. Denn es kommt hier auf die 8-Jährigen an und nicht so sehr auf die 80-Jährigen. Denn die haben weitestgehend oder wir haben weitestgehend da in dieser Frage nicht das Herumreißen können, das Ruder. Und jetzt ist es höchste Zeit, aber wir können das sehr schön unterstützen. Also macht mit. Dann habe ich noch anzukündigen, eine Woche drauf, Freitag, den 22. Da kommt der Antiprivatisierer und bekannte Publizist Werner Rügemer nach Braunschweig. Werner Rügemer ist den Bürgerinitiativen in Braunschweig seit 2005 eng verbunden. Er war hier einer der Leute, die uns unterstützt hat bei der Frage der Privatisierung dieser Stadt. Hier sollte ja nicht nur die ganzen Wohnungen verkauft werden, es sollten ganze Ämter verkauft werden. Das Hochbauamt ist immer noch nicht voll wieder zurückgegliedert. Wir sind da immer noch am rumknapsen im Rathaus, diese schädlichen Dinge der Privatisierung wieder zurückzubekommen. Also Werner Rügemer wird am 22.03. hier in Braunschweig sein, in der Buchhandlung, Guten Morgen Buchhandlung im Bödenweg. Da wird er sein, neues Buch vorstellen. Es geht auch um Blackrock und Privatisierung. Blackrock, was ist denn das? Habt ihr alle jetzt gehört? Weil der Friedrich Merz, der dort diese Blackrock vor allen Dingen mitmanagt und verwaltet, sollte ja CDU-Vorsitzender werden und vielleicht neuer Bundeskanzler. Und das wäre natürlich der Super-GAU überhaupt. Also auch da müssen wir aufpassen, dass wir überall in Fragen ein bisschen nach Hegemonie aufpassen, dass wir auch in die CDU reinwirken, dass sie möglichst nicht so einen Quatsch machen und hier was festklopfen, sondern dass wir in die andere Richtung gehen. Soweit von meiner Seite, also nächsten Freitag und übernächsten Freitag die Veranstaltung. Wir haben aber auch hier Flugblätter dazu. Wer sich das nicht merken kann oder möchte, der kann sich hier ein Stück Papier mitnehmen bei uns. Die Bürgerinitiative Braunschweig-Bipps wird auch wieder eine neue Zeitung rausgeben zum 15.04. Da wird die Frage des Klimaschutzes, der neuen Bewegung, die es da gibt, der Jugend, aber vor allen Dingen auch die Auswertung, wie geht es weiter in Braunschweig, wie können wir verhindern, dass alle Bäume, die ein bisschen windschief stehen, hier abgeholzt werden. Und wie können wir dafür sorgen, auch etwas fürs Klima zu tun und das nicht nur alleine den Schülerinnen und Schülern überlassen. Das wird dort Thema sein, das wird Thema sein. Das neue Heizkraftwerk an der Uferstraße, wo wir jetzt herausbekommen haben, dass hier in Braunschweig jetzt schon, aber vor allen Dingen in Zukunft, mit Strom geheizt werden soll. Leute, mit Strom. BS Energy kauft Atomstrom auf und kauft Dreckstrom auf und will damit die Stadt heizen. Ihr hört richtig. Der größte Wahnsinn, den man sich vorstellen kann. Ökonomisch macht das natürlich Sinn, weil diesen vielen Strom, achtmal so viel, kauft BS Energy jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde ein, wie sie hier selbst weiterverkaufen können. Und weil sie das nicht weiterverkaufen können, müssen sie das unter Preis mit Zugabe von Geld pro Jahr, um die 30, 40 Millionen legen sie drauf, an der Börse verkaufen. Also sagen sie, dann schicken wir das lieber durch den Tauchsieder und machen hier die Wärme daraus, die Fernwärme, damit wir nicht Kohle oder Gas verheizen müssen. Aber ökologisch gesehen ist das der absolute Wahnsinn. Ökonomisch ist das natürlich für Veolia toll, weil wieder ein bisschen vielleicht demnächst nicht Geld draufgelegt werden muss, sondern wieder ein paar Gewinne fließen. Veolia hat in den letzten Jahren, seit 2002, seit sie hier eingestiegen sind in Braunschweig, 450 Millionen Euro steuerfrei wegtransferiert. Das heißt, sie zahlen keine Steuern, weil die Stadt damals mitgeholfen hat, eine KG draus zu machen und die KG zahlt da Steuern, wo der steuerpflichtig ansässig ist. Und das ist für Veolia nicht Berlin, nicht Braunschweig, das ist Paris oder vielleicht Luxemburg oder keiner weiß es so genau. So sieht die Sache aus. Jetzt wird das neue Heizkraftwerk gebaut, vor allen Dingen ein großer Tauchsieder, das nennt sich Elektrodenkraftwerk Power to Heat. Power, Strom to Heat, hört sich besser an, als wir verheizen Strom. Und dazu noch ein großes Kraftwerk, wo Müll verbrannt werden soll. Ihr hört richtig, Sperrmüll soll verbrannt werden anstelle von Kohle, weil den Sperrmüll kriegt man auch weitestgehend kostenlos. Natürlich kriegt man den kostenlos. Das Ganze gilt übrigens auch noch als regenerativ, regenerativ, weil man ja keine Kohle verbrennt, keine fossilen Stoffe verbrennt. Das wäre erstmal soweit gut, raus aus der Kohle zu gehen. Nur, ob das die tolle Idee ist, Strom einerseits zu verheizen und andererseits ein Kraftwerk mit Sperrmüll dann dazu noch zu stellen, bis hin übrigens zu Bahnschwellen sollen dort verheizt werden. Dachstühle, Sperrmüll, eine Vereinbarung oder ein Vorgespräch mit Alba, hier in Braunschweig hat es schon gegeben. Das wird euch nicht so richtig erzählt. Da müssen wir mal wieder kommen mit der eigenen Zeitung. Also das wird aufgearbeitet. Es sieht im Moment so aus, dass jetzt schon BES Energy auch schon Teile des überschüssigen Stroms, damit sie die nicht verkaufen müssen an der Börse mit großen, großen, großen Verlusten, dass sie das jetzt schon in ihre zwei Speicher, die sie da stehen haben, große Wasserspeicher, jetzt schon dort auch zum Aufheizen nimmt. Das heißt also jetzt, dass schon stattfindet, was demnächst in großem Stil stattfinden soll. Strom soll in die Stadt Braunschweig heizen. Der Wahnsinn für eine innovative Stadt. Was hat das mit Innovation zu tun? Wir waren dabei, dass wir gesagt haben, keine Nachtspeicheröfen. Strom ist zu wertvoll, als es einfach zu verheizen. Nein, aber nicht in Braunschweig, denn da geht es nur Veolia um Geld. Denen ist die Stadt Braunschweig, um es mal deutlich zu sagen, scheißegal. Denen geht es nur darum, wie können wir noch ein bisschen was rausholen für unsere Kapitalanlage. Mehr ist es für die nicht. So, aber ich will ja nicht alles euch erzählen, was in der Zeitung steht, sonst lest ihr die nachher nicht mehr. Die kommt dann eine Woche vor Ostern oder in der Osterwoche kommt die raus. Ich danke euch. Das war jetzt zu den Stadtwerken Braunschweig. Da gibt es auch eine kleine Ergänzung. Wir wissen ja, ich hatte ja eben schon gesagt, dass es hier die ganzen Standorte, die es hier gibt, Salzgitter mit Schachtkonrad und so. Und in Salzgitter ist ja der Bürgermeister sehr aktiv. Die Stadt Salzgitter ist ja auch in der AG Schachtkonrad, der Bürgerinitiative dort. Was ja sehr gut ist, dass sie da aktiv sind. Da sind unsere Kommunalpolitiker ja etwas lahm, was die Asse angeht. Die interessieren sich dann nicht im Gegenteil. Die fordern da ganz krude Sachen zu Asse. Aber ich wollte was zu den Stadtwerken. Das sind nicht die Stadtwerke in Salzgitter, aber der Energieversorger der Stadt Salzgitter, die WEVK. Und da ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates, der Bürgermeister, Herr Klingebiel. Und wenn man sich dann mal anguckt, wie da die Stromversorgung ist, da ist der Atomstromanteil überproportional hoch. Und dann haben wir dann mal angeschrieben, haben gesagt, das kann doch nicht sein, wenn man sagt, wir wollen nicht den Atommüll, wir wollen nicht, dass noch mehr Atommüll produziert wird, muss man das dann auch sagen. Und wieso nimmt man denn dann Atomstrom? Und da wurde uns geschrieben, ja, das würde alles stimmen mit dem hohen Anteil, aber der Strom soll ja auch bezahlbar bleiben. Und das kann ich dann nicht mehr nachvollziehen. Wenn man sieht, was die Asse kostet, das ist, und was uns die Endlagerung vom hochradioaktiven Müll kosten wird, dann ist das kein billiger Strom. Das ist nicht preisgünstig. Und das finde ich echt unmöglich. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist so, ja, nicht möglich. Das wollte ich nur noch mal anfangen. Und dass wir alle zusammenhalten müssen mit den verschiedenen Standorten, weil die Strahlung, die macht nicht nur, nicht an Landesgrenzen halt, sondern auch nicht an Stadtgrenzen, Kreisgrenzen. Wir müssen da einfach als Standorte zusammenhalten und sagen, so geht das nicht Politik. Genau. So. So, wir springen ja von einem Thema zum anderen. Ich will euch auch nicht vorenthalten, was euch ein bisschen schon auf den Geschmack bringen für die neue Zeitung. Was natürlich dort auch eine Rolle spielen wird, ist, wir haben eine Reihe von Presseanfragen an die Städte Wolfsburg, Braunschweig gerichtet und an die Flughafengesellschaft. Denn, stellt euch vor, die Flughafengesellschaft war pleite schon 2017 und ist nur durch einen Trick hier erstmal mit einer Million zusätzlich unterstützt worden, damit man Insolvenz abwendet. Es gibt ein Gutachten, welches unter Verschluss gehalten wird. Und das gibt es, beruht auf Untersuchungen, die noch mehr unter Verschluss gehalten werden. Die Stadt Braunschweig hatte aufgrund unseres Ratsantrags, der beschlossen wurde, hatte ein Gutachten in Auftrag gegeben. Wie kommt die Flughafengesellschaft ohne Zuschüsse aus? Sie sind im Moment pro Jahr, haben sie rund operativ 7 Millionen fehlern, die gestopft wurden, die Löcher, indem man Grundstücke verkauft hat. Jetzt hat man keine Grundstücke mehr, jetzt muss man also was anderes machen und 2022 darf man keine Zuschüsse mehr geben. Das geht natürlich nicht. Das haben jetzt die Berater festgestellt und haben den Gesellschaftern, das sind die Städte Braunschweig, Wolfsburg, aber auch ein bisschen Helmstedt, der Landkreis, Gifhorn, ins Stammbuch geschrieben, was los ist. Und danach geht es so, dass es Haftungsrisiken im Aufsichtsrat gibt, auch für die Politikerinnen und Politiker. Und das mögen die natürlich nicht so, es soll möglichst alles so weitergehen wie bisher. Deswegen hält man das Gutachten unter Verschluss. Aber wir haben das. Und da haben wir dann gefragt, ja, was ist denn nun? Faktisch gehört nach diesem Gutachten der Flughafen, wem? Demjenigen, den er am meisten nützt. Es geht nämlich um die Frage, wer hat den größten Einfluss auf die Politik, die hier gemacht wird. Ja, und wer ist das in dieser Region? Volkswagen steht da drin. Ist auch interessant. Und deswegen sagen die Gutachter, dann übernehmt den Flughafen gefälligst selbst und finanziert den. Und lasst ihn nicht von den Städten finanzieren mit Miesen und hackt noch den Wald ab, was ja passiert ist, und forstet nicht mal mehr auf. Das geht nicht. Es gibt nämlich nach Handelsgesetzbuch ein Paragraf 290, der sagt, es gibt eine sogenannte faktische Unternehmensbeherrschung. Denn formell ist ja Volkswagen, die waren ja clever, sind ja ausgeschieden aus der Gesellschaft, also aus der Flughafengesellschaft, sind ausgeschieden, schon vor zwölf Jahren. Nee, Quatsch, vor zehn Jahren. Und deswegen sagt Volkswagen, wir haben damit gar nichts zu tun. Sie sind aber zu 80 Prozent Hauptnutzer dieses Flughafens. Und deswegen wurde ja auch die Landebahn erweitert, weil der Herr Winterkorn nicht eine halbe Stunde früher aufstehen wollte, damit er mit seinem großen Flugzeug, ist nicht mehr da, das Flugzeug jetzt, Winterkorn ist auch nicht mehr da, aber der Wald ist vor allen Dingen auch nicht mehr da. 44.000 Bäume, massiv das Klima geschädigt, massiv die Städte Wolfsburg und Braunschweig geschädigt. Und jetzt sollen sie das gefälligst übernehmen. Ja, das wird auch spannend. Wir kriegen im Moment die Antworten alle rein. Das heißt, über diese Zeitung sind wir ja nicht nur in der Lage, als Bürgerinitiative jetzt immer über den Rat zu fragen nach Kommunalrecht. Nein, wir können auch über Presserecht. Wie toll ist denn das? Und dann können wir sagen, in einer Woche ist die Antwort da. Und sie haben alle pariert. Helmstedt hat geantwortet, Gifhorn, Wolfsburg hat geantwortet, die Stadt Braunschweig hat geantwortet, VW hat geantwortet, haben doch nichts mit dem Flughafen zu tun, wir sind ja da gar nicht in der Gesellschaft. Nein, sie haben die Nachfrage gekriegt, auch wenn ihr nicht in der Gesellschaft seid, ihr habt doch den meisten Einfluss. Haben ja die Gutachter festgestellt und stellt euch vor, als allererstes wurde dieses Gutachten über die Flughafengesellschaft wem vorgestellt, wer hat als erster dazu seinen Kommentar gegeben, VW, Volkswagen. Warum denn das? Sie haben gesagt, wir sind ja gar nicht Auftraggeber des Gutachtens. Nein, aber warum dürfen Sie sich das angucken? Das heißt, das sind alles Indizien für eine massive Einflussnahme hier des VW-Konzerns. Wir haben nichts gegen Volkswagen, überhaupt nicht. Aber so, dass man das gestaltet, dass die öffentlichen Hände hier alles bezahlen, im Übrigen ja auch, wenn VW jetzt Strafen zahlen musste, eine Milliarde jetzt zum Beispiel, weil sie ja ein bisschen rumgeschummelt haben, mussten sie zahlen, sind sie verurteilt worden. Dann sind sie in Hannover vorstellig geworden, und haben gesagt, na, wenn wir jetzt die Milliarde zahlen, lieber Ministerpräsident, weil, ihr wisst ja schon, in Hannover, dass wir das euren Städten wieder abziehen, hier in Niedersachsen, dann kriegt natürlich Wolfsburg jetzt 150 Millionen weniger Gewerbesteuer. Und Braunschweig könnte auch schön Bescheid sagen, die kriegen auch ungefähr 15 Millionen weniger Gewerbesteuer. Und in Hannover kommt ein bisschen weniger an, Salzgitter und so weiter. Das heißt, die Konzerne, in diesem Fall Volkswagen, hält sich schadlos, dann, und gibt das eins zu eins weiter an die Städte, das Defizit, was da entsteht, in Wolfsburg ist es inzwischen so groß, sie hatten früher so viel Geld, die konnten Rücklagen bilden, inzwischen haben sie nichts mehr, und sie wissen nicht mehr, wie sie ihren Haushalt finanzieren sollen. Das ist natürlich schade, weil die Wolfsburg ja zu einem großen, überwiegenden Anteil von Volkswagen abhängig ist. Wovon finanzieren die denn jetzt ihr schönes Bad? Und die allen Dingen, die gönnen es ja den Wolfsburgern, aber das hat die Bevölkerung nicht verdient. So, und alles nur wegen Schummelei und wegen einer Politik, einer kriminellen Politik. Das ist kriminell gewesen, das ist festgestellt worden, auch in den USA, da dürfen sich die VW-Männischer gar nicht mehr sehen lassen, dann werden sie gleich eingesperrt. So sieht die Sache aus. Hier versucht man das so ein bisschen zu kaschieren. Also, seid gespannt auf diese Frage. Jetzt geht es los nochmal mit dem Flughafen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Ersatzpflanzungen 44.000 Bäume bekommen. Wir müssen dafür sorgen, dass es aufhört, dass die Stadt, dass jedes Jahr ein Defizit entsteht von über 7 Millionen oder rund 7 Millionen, wenn ich übertreibe, 7 Millionen, schlimm genug, sondern dass diejenigen dann auch zahlen müssen, die den Vorteil von dem Flughafen haben. Und diesen Vorteil hat zu 80 Prozent, das ist in den Gutachten auch festgestellt worden, Hauptnutzer ist Volkswagen und niemand anders. Dann sollen die das auch natürlich bezahlen. Nicht, weil wir sie ärgern wollen, sondern weil es darum geht, zahlen müssen die, die den Nutzen davon haben oder wenn sie was angerichtet haben, dann müssen sie auch dafür gerade stehen. Ja, das nur nochmal auch als Vorgeschmack auf die nächste Zeitung. Also, seid gespannt. Wir kommen nochmal zu unserem Thema hier zurück, Atomenergie und Atomwaffen. Sie werden als siamesische Zwillinge bezeichnet. Ich habe mal im Internet etwas recherchiert und da gibt es einen sehr interessanten Beitrag von der IPPNW, den Ärzten gegen den Atomtrot, und zwar einer der Sprecherinnen dort, Xanze Hall heißt sie und normalerweise ist die IPPNW ja auch immer zu diesem Kundgebungsstand sehr zahlreich vertreten. Heute hatten die was anderes vor oder zum Teil. Am Anfang der Kette von Atomenergie und Atomwaffen steht der Uranabbau. Das ist eben die gleiche Quelle für die Atomenergie und die Atomwaffen. Danach folgt die Urananreicherung. Der Anreicherungsgrad des Urans bestimmt darüber, ob das Uran genutzt werden kann für Atomkraftwerke oder für Atomwaffen. Als Nebenprodukt der Anreicherung werden Uranwaffen aus dem abgereicherten Uran produziert. Diese Atomwaffen, die sind in der Öffentlichkeit wenig bekannt. Uranummantelte Geschosse sind eingesetzt worden im Irakkrieg. Die sind im ehemaligen Jugoslawien eingesetzt worden und in jedem Krieg werden die eingesetzt. Und die Reste, die übrig bleiben, helfen, in Anführungszeichen, helfen dabei, die Umwelt dieser betroffenen Länder zu verseuchen. Nach der Anreicherung kommt dann der Atomreaktor. Er produziert nicht nur Strom, sondern auch Plutonium. und Plutonium ist ein radioaktives Element, das eine Halbwertszeit von, ich glaube, mehr als 10.000, 10.000 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Wie viel sagst du? Viel länger. Ja, mehr als 10.000 Jahre, eine Halbwertszeit hat und zudem noch hochgiftig ist. Man kann mit kleinsten Mengen von Plutonium, kann man ganze Völkerschaften ausrotten. In der Wiederaufbereitung wird Plutonium aus abgebrannten Elementen herausgetrennt. Atomwaffen können entweder mit hoch angereichertem Uran oder mit Plutonium gebaut werden. Solange Atomwaffen existieren, können sie zum Einsatz kommen. Entweder im Krieg, wie in Hiroshima und Nagasaki geschehen, oder bei Atomtests, oder auch versehentlich. Und am Ende der Kette, da bleibt dann der Atomabfall, der radioaktive Fallout oder der Atommüll, mit dem wir in der Region hier ja reichlich zu tun haben. In der Asse, in Morsleben, dann in Wiederaufarbeitungsanlagen, die in Europa sind. Und Europa ist so klein. Wenn da irgendwo was schief geht bei uns in Europa, dann können wir alle sehen, wo wir als Flüchtlinge bleiben. Darum setzt euch ein, gegen Atomenergie und gegen Atomwaffen. Dankeschön. Ich habe gerade mit jemandem gesprochen, der meinte, er hätte einen guten Standort für den Atommüll, den Bundestag. Da kann ich auch eine Fortsetzung zu machen. Es wird ja häufig davon gesprochen, der Assemüll, oder jetzt stand in der Einladung der sogenannten Asse-2-Begleitgruppe, hatte die Landrätin geschrieben, die Asseabfälle. Das sind keine Asseabfälle. Die Abfälle sind nicht in der Asse entstanden. Die kamen überwiegend aus Jülich und Karlsruhe. Und sie gehören der Bundesregierung. Der Bundesregierung gehört die Schachtanlage Asse-2 und der gehört auch der Müll. Und im Artikel 14 Grundgesetz besagt, Eigentum verpflichtet. Das heißt, die Bundesregierung ist verantwortlich dafür, wirklich eine absolut gute Lösung dazu zu finden. Das ist bundeseigener Müll und kein Assemüll. Und das wollen wir auch nochmal sagen, damit uns nicht automatisch die Verantwortung trägt, dass man sagt, ihr müsst das natürlich jetzt alle die ganzen Anlagen bei euch haben. Nein, da muss man nach einer besseren Lösung suchen, dass nicht wie hier in Braunschweig das mit gleich ein Wohnanlagen ist, wie in Bayeckern und Zegler. Das ist untragbar und das würde in der Asse auch untragbar sein. Und wie gesagt, wir sind da nicht verantwortlich für, sondern das hat die Bundesregierung zu verantworten. Dazu ergänzend mit Blick auf Japan. Es ist ja die große Frage, wo lässt sich Atommüll zukunftssicher unterbringen, lagern? In Japan gibt es die Ideen, dass Atommüll kontaminierte Erde auf Dauer in den Straßenbau investiert wird, damit man diese ganze Sache gut unter die Erde bekommt. So viel hat man schon verstanden. Es muss wohl unter die Erde. Bestrahlende Straßen. Und natürlich hat man dann wahrscheinlich bestrahlende Straßen, aber man kalkuliert ja auch die Halbwertzeiten Berechnung und denkt, das ist in zig Jahren erledigt. Vielleicht kann ja die Bundesregierung auf die Idee kommen, das auch in Deutschland so zu machen. Ich vermute oder hoffe sehr, dass dann mehr Widerstand aus der Bevölkerung erzeugt wird. Denn die Bevölkerung sollte im Eigeninteresse immer wieder mit dem Auge haben, was geschieht mit Atommüll. kann der zukunftssicher gelagert werden. Da gibt es unterschiedliche Diskussionsstränge. In Japan gibt es die auch, aber mit weniger Öffentlichkeitsinformationen. Und das ist bedauerlich. Wir sind froh, dass Japaner zu uns kommen und sich hier zu orientieren, welche Wege werden in Deutschland gesucht. Das muss weiterhin unterstützt werden. Unsere Landeskirche Braunschweig macht das mit einigen Möglichkeiten in Verknüpfung mit dem Trägerkreis der hier in der Region Europäische Aktionswochen für eine Zukunft für Tschernobyl und Fukushima. Wir haben hier einen Informationsflyer liegen, den Sie sich gerne mitnehmen können, weil in den nächsten Wochen im März und April in Verbindung mit diesen beiden Ereignissen Fukushima und Tschernobyl verschiedene Veranstaltungen stattfinden. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Hier an unserem Tisch werden Kranische gefaltet. Und zwar sind die ein Sinnbild dafür, dass Menschen nicht sterben müssen infolge von radioaktiver Strahlung. Als die Bombe in Hiroshima und Nagasaki gefallen sind, sind viele Menschen verstrahlt worden, sind daran gestorben, sie sind krank geworden. Und ein Kind hat gehofft, dass durch das Falten von vielen Kranischen, dass sie dadurch gesund wird. Ich weiß gar nicht, ob das Kind wieder gesund geworden ist, aber es hat jedenfalls Hoffnung gehabt durch dieses Falten von Kranischen. Sie ist mit zwölf Jahren gestorben, höre ich gerade. Also wer sich dafür interessiert, für diese symbolhafte Handlung, Kranische Falten und sie vielleicht auch verschenken an Menschen, die krank sind, der kann sich hier am Tisch an Brigitte wenden. Dankeschön. Also wir haben in Wolfenbüttel in Schulen auf Straßenfesten haben wir tausend Kranische gefaltet. Das ist ja die Sage, dass man einen Wunsch erfüllt bekommt. Und wir hatten den Wunsch einer tummelfreie Asse. Wir haben dann diese tausend Kranische in ein Paket an Frau Merkel geschickt. Mit einem Tütschen Backpulver, weil sie hatte ja mal beim Transport, als da irgendwas übergeschwappt ist, gesagt, ja, das kann ja immer mal passieren, das passiert beim Backen ja auch, dass mal ein bisschen Backpulver drüber geht. Und wir haben allerdings nie irgendwas gehört. Hier haben wir übrigens auch noch eine Unterschriftenliste gegen diesen Euratom-Vertrag, der seit 60 Jahren besteht und die Atomenergie fördert. Da zahlt Deutschland immer noch ein, die sind immer noch in diesem Vertrag drin und das ist die Aufforderung, dass Deutschland da austreten möchte. Wer da unterschreiben möchte, vielen Dank. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, wir beenden für heute die Kundgebung der Menschen, die gegen Atomkraftwerke und gegen Atombomben kämpfen, sich einsetzen und dafür streiten, dass die Welt eine bessere wird, eine Welt ohne Atomkraft und eine Welt in der der Klimawandel auch gestoppt werden kann mit unseren Mitteln Sonne und Wind.